Zusammen mit dem Raspberry Pi 5 wurde auch ein neues Netzteil vorgestellt. In diesem Video schauen wir uns an, welche Vorteile das bietet und ob ihr nicht auch einfach ein anderes Netzteil für den neuen Raspberry Pi 5 verwenden könnt. Ich brauche mehr Details. Die Spannungsversorgung ist beim Raspberry Pi generell besonders wichtig. Er ist sehr darauf angewiesen, dass er eine stabile Spannung von 5 Volt bekommt. Ansonsten kann es zu diversen Problemen kommen, deswegen ist eine mangelhafte Stromversorgung auch eine der Hauptursachen für instabile Raspberry Pis. Schon seit einiger Zeit gibt es daher offizielle Netzteile, die nicht nur die benötigte Spannung und Stromstärke aufweisen, sondern auch Besonderheiten, zum Beispiel liefern sie 5,1 statt 5,0 Volt. Das soll Verluste durch das Kabel ausgleichen, außerdem liefern sie stetig eine konstante Spannung auch unter Last. Hier gab es schon beim Raspberry Pi 4 oft Probleme mit Ladegeräten, die sind nämlich nicht so sehr auf eine stabile Spannung optimiert, weil das die Ladeelektronik vom jeweiligen Gerät regelt. Insbesondere wenn man hier noch externe Sachen anschließt, wie zum Beispiel externe Festplatten, die entsprechend Strom ziehen, kann das daher Probleme geben. Der wesentliche Unterschied vom neuen Raspberry Pi 5 Netzteil ist die Stromstärke. Sie ist auf 5 Ampere angestiegen, zuvor hatten wir beim Raspberry Pi 4 bloß 3 Ampere. Beim kleineren Raspberry Pi Zero, da genügt es sogar ein noch schwächeres Netzteil mit bloß 2,5 Ampere. Der Fokus soll hier aber auf dem vollwertigen Raspberry Pi 5 liegen, einen vergleichbaren Zero gibt es ja auch noch nicht als Nachfolger für den 2W. Die Leistung steigt damit von ehemals 15 Watt auf 25,5 Watt, das ist ein ordentlicher Sprung nach oben. Doch der wurde notwendig, weil wir zum einen stärkere Hardware drin haben, zum Beispiel der Prozessor, der hat ja deutlich mehr Leistung, habe ich schon in den vorherigen Videos mal angedeutet und gezeigt. Dazu kommen neue Funktionen, wie zum Beispiel die PC-Express-Schnittstelle. Die hatte ja der Vorgänger nicht und allein wenn wir hier eine M2-SD zum Beispiel anschließen, dann kann die unter Last bis zu 5 Watt Energie verbrauchen. Dann muss der Pi ja auch immer genügend Reserve für die USB-Geräte vorhalten. Die USB 3.0-Spezifikation erlaubt hier bis zu 0,9 Ampere pro Port, bei USB 2.0 immerhin noch 0,5 Ampere je Anschluss. Allein wenn ihr das zusammenrechnet, würdet ihr merken, dass das Raspberry Pi 4 Netzteil, das ja kleindimensioniert war, schon nicht ausreichend ist. Deswegen hat auch schon der Vorgänger die Leistung der USB-Ports auf insgesamt 1,2 Ampere begrenzt, aber für alle Ports. Diese 1,2 Ampere sind beim Raspberry Pi 5 geblieben, aber es kamen eben die erwähnten neuen Dinge hinzu, deswegen braucht ihr jetzt auch mehr Power. Brauchst du also zwingend auch das neue Netzteil, um ein Raspberry Pi 5 mit ausreichend Energie zu versorgen? Tatsächlich gar nicht zwingend, denn der ist auch mit einem 3 Ampere Netzteil vom Vorgänger, also von Raspberry Pi 4, kompatibel. Doch dann wird er eingeschränkt, was die USB-Leistung angeht, nämlich auf 0,6 Ampere für alle USB-Geräte zusammen. Das reicht für kleinere USB-Sticks oder auch Funkmäuse, Tastaturen und ähnliches noch völlig aus, aber wenn mehr Energie notwendig ist, zum Beispiel für die erwähnten externen Festplatten, dann wird ein aktiver USB-Hub notwendig. Oder eben zumindest ein offizielles Raspberry Pi 5 Netzteil mit 5 Ampere. Dadurch wird nämlich die maximale Stromstärke aller USB-Ports verdoppelt auf die eben erwähnten 1,2 Ampere. Je nach Anwendungsfall ist das aber ausreichend und ihr braucht gar kein größeres Netzteil und könnt ein schon vorhandenes vom Raspberry Pi 4 weiterverwenden. Die anderen Vorgängermodelle eignen sich nicht, weil es beim Raspberry Pi 3 auf 4 einen neuen Stecker gab, nämlich von Micro-USB auf USB-Typ C. Zumindest die Desktop-Version des Raspberry Pi OS 12 Bullseye warnt euch, wenn weniger als 5 Ampere zur Verfügung stehen. Diese Warnung könnt ihr aber ignorieren, wenn ihr euch dem bewusst seid und eben keine stärkeren USB-Geräte dort betreiben möchtet. Vielleicht hast du aber kein Raspberry Pi 4 Netzteil übrig, sondern ein anderes mit USB-C, das vielleicht auch Power Delivery unterstützt und fragst dich, kann ich das verwenden? Hier wird es etwas kompliziert. Dafür solltest du wissen, dass der USB-C Standard maximal 3 Ampere bei 5 Volt vorsieht. Das entspricht 15 Watt. Und dafür sind auch normale USB-Kabel ausgelegt. Das reicht für einige Geräte aber nicht, deswegen hat man eine Erweiterung vorgenommen, nämlich USB Power Delivery. Mit der Spezifikation ist deutlich mehr möglich. Das größte Profil sieht bis zu 100 Watt Leistung vor. Nur deswegen ist es auch mittlerweile möglich, dass ihr zum Beispiel Smartphones ziemlich schnell aufladen könnt oder sogar ganze Laptops per USB-C mit Strom versorgt werden. Da könnt ihr mit denen arbeiten und nebenbei wird noch der Akku aufgeladen. Das Problem in Kombination mit dem Raspberry Pi ist allerdings, dass diese Netzteile mit USB Power Delivery nicht die Stromstärke erhöhen, sondern die Spannung. Die teilen höhere Leistungsklassen nämlich auf, indem sie zunächst noch 12 Volt dazu holen und später auch 20 Volt. Die Stromstärke auf der 5 Volt Schiene, die bleibt aber stets bei 2 Ampere und das selbst im höchsten Profil mit maximal 100 Watt Leistung. Damit sind wir in jedem Falle unter den 3 Ampere, die vom Raspberry Pi offiziell empfohlen wurden. Und damit wird es ziemlich wahrscheinlich Stabilitätsprobleme geben, wenn man ein Power Delivery Netzteil nutzt, das sich an die Spezifikation hält. Das offizielle Raspberry Pi 5 Netzteil tut dies nicht. Es liefert nämlich satte 5 Ampere auf der 5 Volt Schiene. Zu empfehlen ist daher, das offizielle 5 Ampere Netzteil zu nehmen. Gerade beim Bastelcomputer habt ihr da auch Leistungsreserven, falls ihr in ein paar Wochen oder Monaten vielleicht doch ein anderes Projekt machen wollt, wo ihr dann ein bisschen mehr Power benötigt. Wer mit einer Halbierung der USB Gesamtstromstärke leben kann, der kann auch das Vorgängernetzteil von Raspberry Pi 4 bedenkenlos weiter nutzen. Falls du noch mehr zum Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 4 und auch anderen Themen rund um IT und Technik lernen möchtest, dann schau gerne bei mir auf dem Kanal oder auf uolabs.de vorbei und abonniere am besten den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.